Hey, hey, alle zusammen. Ich bin wieder da. Und, ähm, ja. Wir haben, äh, da hinten stimmt das Lagerhaus gebaut. Gehen wir mal hin. Äh, die Brücke. Da wollten, wollte ich noch mal drüber schauen. So, äh, ja. Werbung im Hintergrund. Sorry. Ich kann Werbung zu einem Video. Ein Video, das ich mir angeguckt habe. Was ein Kegis. Ja. Boah, das lag dabei. So, halt. Sand. Nein, was anderes. Auch nicht. Weizen. Weizenkraner. Ah, das ist einfach ein. Na ja, was soll ich auf Eisenholz? Treppen. Ähm, ja. Ich wollte hier noch Geländer hinladen. Das lag dabei jetzt. Das ist jetzt nicht. Fuh, fuh, fuh. Schnell, schnell. Diamanten hier. Könnten wir auch mal auf den Weg machen, um ein paar andere Sachen zu finden, wie zum Beispiel... Äh, ein Dorf oder ähnliches. So. So. So ein hässliches Ding. Unglaublich. So, okay. Dann lass mal gucken, was unsere Farme sagt. Wie sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Dann würde ich mal sagen, verduften wir uns mal weiter hier im Dunkel und gucken mal was wo ist. ob er überhaupt ob es überhaupt was anderes ja ich weiß schon was ich nicht für ein spiel mache das wird heute oder morgen ne ne es wird dann wenn ich das video hochlade ist gestern also jetzt mach ich es gestern oder morgen beziehungsweise heute das weiß ich lass euch einfach überraschen ich mach das schon ihr müsst nur gucken während ich hier die ganzen videos mache und et cetera es ist eine neue version von minecraft draußen aber ich hab keine ahnung was da neu ist das ist halt die 1.81 gestartet das spiel was ist das denn natürlich haben wir jetzt keine spitzacke dabei natürlich naja ja das gefühl wir sind einfach nur auf einer großen insel gelangt eine große dschungel da ist ein tempel seht ihr da 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 die kugel weg gestern das was ich den bogen dabei habe weiß ich auch nicht aber besser als gar nichts und haben wir noch natürlich ich renne einfach los ohne ein zweites schwert zu basteln ich glaube das gibt es nicht ja was soll ich dazu sagen so bin ich halt ich weiß nicht man hört meine kleinen geschwister im hintergrund das ist ein bisschen ätzend so ein tempel so ein tempel dass man sagen ich habe das denn? Ich hab Zombie gehört. Das hab ich ganz genau gehört. Melon. Auch gut. Das lag denn. Wieso das denn? Naja. Okay. Jo. So, so. Wo ist die Sonde hin? Ach, da oben. Okay. Hohoho. Das war knapp. Ganz knapp. Und das sieht ja hübsch aus hier. Super mit Melonen. Pass auf so ein bisschen. Kommt, das ist ja auch noch besser. Ja. Die können sich sehr gut bewegen, die Kühlen. Ein Poppelhäuser. Ja. Stier. Was ist das? Großkanüte. Geil. Ach, jetzt gibt's Kanickel. Könnt euch freuen. Es gibt gleich Kanickel. Wer will? Wer hat noch nicht Kanickel? Das ist ja... Guckt euch das mal an. Das bewuchert wie... Sonst was. Ähm. Scheißteil. Soll sterben gehen. So. Es. Ich finde da überall Melonen. Ich brauche aber gerade keine Melonen. Deswegen, dass ich die Melonen... Hahahaha. Herrlich, herrlich, herrlich. Wie das aussieht, dass Kaninchen fällt. Einfach wie ein Kaninchen. Das sind Schweine. Aber Schafe gibt sie wieder. In... Unglaublicher Masse. Das ist unglaublich. Was war das? Blutchen, ne? Nein. Nein. Ja. Plopp. Plopp. Tut gleich auch was aus dir raus. Plopp. 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 Wie die aussehen, die Hühner. Plopp. Plopp. Voll die... Leoparden hier. Die machen alles kaputt. Schmeißen ihre Eierbomben. Dann... Kannst du auf Wiedersehen sagen. Dann liegst du drei Meter... äh... drei Fuß unter der Erde. Komm. Dann ja noch mal ein Macher. Dann auch noch die Erklärung. Oh ha, wie viele hier sind. Mühnchen und Federn. Ja. Wenn du da bist. Dann auch ja. Das ist es auch nicht. ich hab das gefühl es gibt nichts anderes außer dschungel die sieht man auch hier so oft ich verspricht mich jedes mal jedes mal das hier habe ich auch noch nie gesehen in einem dschungel mit so viel grünfläche ohne bäume oder ähnliches ich kann doch gegen die hessischen fliecher zu kämpfen liegt vielleicht daran dass ich im hintergrund rennen darf für die folge von gestern vorgestern er brennt einfach selbst schuld schuld ja Äh Okay Ja Ich weiß, es ist gerade sehr spannend, aber Was soll man hier viel sagen? Mach doch Vorschläge, was ich sagen könnte Das ist eine gute Idee, das müsst ihr jetzt machen Süß Es brennt einfach unten Ich weiß wenigstens, wo ich mein Obsidian bekomme Ich weiß wenigstens, wo ich mein Obsidian bekomme